Meine Lieben, wie geht es euch? Ich hoffe gut. Ja, ich habe die Kommentare gelesen von meinem letzten Video. Es ist, glaube ich, das Video, ähm, ja, ich glaube, mein letztes Video von den zwei Zeugen. Ja, einige, you know, sind noch sehr unklar darüber, über diese zwei Zeugen. Und normalerweise müsste ich ja da auch ein Video darüber machen. Nochmals, ja, vielleicht soll ich das gerade am Anfang sagen, weil ich dann vielleicht zwei Dinge ansprechen kann. Erstmal die zwei Zeugen. Ja, ich weiß, dass viele Leute, wie gesagt, da durcheinander sind. Es hat mir zum Beispiel jemand geschrieben, ich glaube, die Anja, Ich soll Offenbarung anschauen, ähm, war das die Anja oder jemand anders? Jemand hat mir gesagt, schau Offenbarung 11, 18 an. Ich bin ja so froh, dass diese Person mir das geschickt hat. Weil, ich muss dazu sagen, immer wenn ich da diesen Vers suche, dann finde ich diesen Vers nicht. Dankeschön. Also, Offenbarung 11, 18, ja, was steht da? 11, 18, ja, dein Sohn ist gekommen. Ich habe es gar noch hier. Ja, gekommen. Ich habe hier die Schlachter. Dein Sohn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Das heißt, den Knechten gibt er den Lohn, ja. Und die anderen werden gerichtet. Den Heiligen, den Namen, den Kleinen, den Großen und so weiter, welche die Erde verderben. Lies das. Was steht da? Geh kommen. Ja, das heißt, er sagt, dass der Zorn gekommen ist. Die ganzen Trompeten, die sieben Trompeten sind Zorn Gottes. Und viele kommen da durcheinander. Ja. Wenn ihr die zwei, die Trompeten, die sieben Trompeten und die sieben Zornschalen nebeneinander stellt. Ich habe das auch schon gemacht. Wenn ihr neu seid, wisst ihr das nicht. Aber ich habe die schon nebeneinander gestellt und ihr könnt das machen. Ihr könnt diese vergleichen. Also die erste Zornschale mit der ersten Trompete. Die zweite Zornschale. In der ersten ist es nicht so klar. Aber wenn man die anderen anschaut, sieht man eindeutig. Und ganz besonders bei der sechsten Zornschale ist der gleiche Krieg. Das ist der Armageddon-Krieg. Da sieht man das eindeutig. Und ich denke halt auch zweite und dritte Zornschale und zweite und dritte Trompete. Also ja, Posaune. Da sieht man das eindeutig. Tut mal das. Stellt sie mal gegenüber und schaut euch die beiden an. Ja, das ist eigentlich eine Ergänzung. Ja, eine Ergänzung. Und bei den Zornschalen sagt er ja gleich am Anfang, das ist der, dass der Zorn Gottes kommt. Ja, sagt er gleich am Anfang bei den Zornschalen. Bei den Trompeten sagt er es am Ende. Ja, dein Zorn ist gekommen. Ja, das heißt alle Zornschalen. Wir wissen das, weil ihr ja das schon in Offenbarung, guckt euch Offenbarung 6, 12 bis 17 an. Ja, da ist die Einführung in den Zorn Gottes. Und am Ende wissen die Leute, der Zorn Gottes kommt. Ja, und dann die siebte, der siebte Siegel ist alles Zorn Gottes. Ich weiß, da sind Leute wirklich durcheinander. Ja, macht das nochmal auf eure Zeitlinie, die ich vor kurzem gemacht habe. Zorn Gottes, da könnt ihr diese, Entschuldigung, diese Trompeten einteilen, ja, da könnt ihr diese Zornschalen einteilen, Entschuldigung. Ja, und dann wisst ihr ganz genau, was passiert. Und kurz bevor er fertig ist mit den Trompeten, ja, beschreibt er ja diese zwei Zeugen. Deswegen sind diese zwei Zeugen ein Teil von dem Zorn Gottes. Ja, und normalerweise, wenn man denkt, dann weiß man, hallo, diese Zeugen kommen, wenn die Braut weg ist. Das musste ich auch noch jemand erklären. Ja, die Braut hat ein ganz bestimmtes Evangelium. Ja, das Evangelium, eine bestimmte Nachricht von Gott. Das Evangelium ist, Jesus ist gestorben. Ja, Jesus ist gestorben. Am Kreuz. Für uns alle. Und wenn wir ihn annehmen und ihm folgen, dem Messias folgen, dann werden wir Braut von Jesus. Jetzt hat mir wieder jemand gesagt, die Jungfrauen, die zehn Jungfrauen sind nicht Braut Jesus. Okay, whatever. Egal. Also, dann sind wir Braut Jesu. Deswegen trinken wir ja den Kelch, ja, den Wein, den Rotwein. Der Kelch, der ja symbolisieren soll das Blut. Ja, das er vergossen hat für uns, damit wir Braut werden. Das ist ja der Brautpreis, meine Lieben. Denn er hat ja für uns bezahlt und das ist der Brautpreis. Ja, und wenn wir das trinken, dann erinnern wir uns an diesen Bund, der er mit uns gemacht hat. Ja, das ist ein Ehevertrag. Und wenn mir dann jemand sagt, nein, das ist kein Ehevertrag und wir sind nicht Braut. Das ist total, dann geh halt irgendwo anders hin, wo sie das predigen. Das interessiert mich dann auch nicht. Ja, aber ich komme vom Thema von den Zeugen ab. Die Braut hat eine bestimmte Nachricht. Und wenn die Braut weg ist, dann besteht diese Nachricht nicht mehr. Und das heißt, die zwei Zeugen müssen nun was anderes predigen. Sie predigen nicht mehr das Evangelium. Das ist etwas, was ich dazu tun sollte eigentlich. Ich habe das nicht gesagt, aber erkannt es dann später, ja. Sie haben eine andere Nachricht. Die Nachricht, die sie verkündigen, ist, ihr habt Jesus Christus verpasst, das zweite Mal. Er sagt das zu den Juden besonders. Ihr habt ihn zum zweiten Mal verpasst. Und jetzt ist halt Schluss, meine Lieben. Ja, jetzt könnt ihr nicht mehr Braut werden. Jetzt könnt ihr nicht mehr unter dem zweiten Bund sein. Ihr habt sogar den zweiten Bund verpasst. Ihr Juden. Weil die zwei Zeugen gehen ja an die Juden. Besonders. Nicht nur, aber besonders. Und deswegen bringen sie ja die zwei Zeugen um. Und dann sagen sie halt auch noch, Jesus wird kommen, bald kommen als Richter. Und die Juden hoffentlich verstehen das, weil sie ja diese Feste des Herrn haben. Sie wissen ja, jetzt, und das werden sie wahrscheinlich auch predigen, jetzt habt ihr Reuezeit. Ja, Reuezeit. Diese zehn Tage, die ich ja besprochen habe, der Reue, die sie jetzt durchmachen, die Juden. Ja, ihr habt jetzt diese Zeit. Weil, wenn ihr nicht, ja, Reue tut, wenn ihr nicht umkehrt, bis Jesus das nächste Mal kommt und ihr nicht im Buch des Lebens geschrieben seid, ja, dann kommt ihr ins Feuer. Ja, in der Feuersee. Das hat er verloren. Und genau das ist nämlich dann, was eben diese zwei Zeugen predigen. Umkehr, Umkehr, Umkehr. Ja, Reue, Reue, Reue. Sie predigen nicht, Herr Jesus ist Christus, ist für dich gestorben. Ja? Gut, er ist gestorben. Er ist auch für diese Leute gestorben. Klar, aber das hilft denen jetzt nichts mehr, dass sie unter den zweiten Bund kommen oder dass sie halt Braut Jesu werden. Das heißt eigentlich Frau von Gott oder, ja, ja. Okay? Und deswegen predigen diese zwei Zeugen ein totales anderes Evangelium. Sagen wir mal so, ja. Ein anderes, bringen eine andere Botschaft. Und das wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Ich glaube, das ist nicht rausgekommen, weil mir das eigentlich auch noch nicht so richtig wirklich bewusst war wie jetzt. Ja, ich habe da überlegt, ja, was predigen diese zwei Zeugen und warum sind diese zwei Zeugen so anders? Es hat mir auch jemand geschrieben, naja, die Braut, also die Gemeinde, die Kirche sind Zeug, also die zwei Zeugen. Nein, das sind bestimmte zwei Zeugen, das sind nicht die Zeugen, ja, also die Gemeinde. Die Gemeinde ist jetzt Zeuge, ja. Sie sind jetzt Zeuge. Und wir sind alle Zeuge. Es gibt keine bestimmten Propheten jetzt, die bestimmt sind. Ja, wir sind alle bestimmt, das Evangelium weiterzugeben. Aber dann, ja, während dieser Zeit, weil ja die ganzen Leute werden verfolgt, ja. Ja, es schafft ja wirklich niemand. Leute, macht euch da nichts vor. Nach der Entrückung, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der dann wirklich merkt, hallo, wir haben Jesus verpasst, ja, dass die durchkommen. Ja, die werden es nicht schaffen, bis Jesus Christus am Himmel erscheint. Jesus Christus wird für die Ungläubigen am Himmel erscheinen. Und deswegen schlagen sie sich an die Brust, weil sie nämlich noch keine Reue gezeigt haben oder Umkehr. Ja, das passiert nämlich. Wenn Jesus erscheint am Himmel, ja, werden die Leute, ja, entweder zeigen sie dann Umkehr oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, viele vielleicht auch nicht. Es sind ja dann nicht mehr sehr viel übrig. Alleine durch, meine Lieben, alleine durch, ich habe es jetzt gerade wieder gelesen mit diesem Hamageddonkrieg, weil ich ja das angesprochen habe. Alleine durch diesen Hamageddonkrieg sterben ja, ich glaube, ein Drittel der Menschheit. Ja, also ein Drittel der Menschheit, die überhaupt noch übrig ist, durch diese Katastrophen. Weil die Leute gehen ja noch durch diese Katastrophen, da sterben auch ja wieder ein Drittel der Menschen durch, dass die Erde verbrannt wird, dass die Erde, das Wasser vergiftet wird, wieder ein Drittel. Ja, es sterben ja ständig ein Drittel von der Bevölkerung in diesen Plagen. Ja, das ist ein Zorn Gottes. Und dann zum Schluss wieder ein Drittel. Ist das symbolisch? Ich weiß es nicht. Ja, aber das wollte ich noch dazu sagen mit diesen Zeugen. Ich habe da einige Kommentare bekommen. Ihr müsst das wirklich studieren. Ja, ihr müsst das studieren und wirklich richtig einordnen. Benutzt vielleicht eben diese Zeitlinie, die ich gemacht habe, um das zu verstehen. Ja, wie gesagt, viele denken halt immer noch an diese Trübsalszeit und dreieinhalb Jahre und in der Mitte. Und nee, Trübsalszeit ist vor der Entrückung, ist vor dem Zorn Gottes. Ja, der Tag des Herrn fängt an mit dem Zorn Gottes. Der Tag des Herrn fängt da an, wo die Entrückung ist. Und davor ist Trübsal. Danach ist er der Zorn Gottes. Ja, also ihr müsst euch das wirklich, wirklich einfach anschauen. Ja, vielleicht verbildlichen. So ist vielleicht das richtige Wort. Ja. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte über diese zwei Zeugen. Jetzt zu etwas anderem. Und zwar hat mir wieder eben dieser Mensch, der mich gelobt hat oder hat gesagt, ich bin ja so froh, dass wir aufgeklärt wurden über diesen Dispensionalismus. Jesus hat mir dann geschrieben über diese flache Erde. Und Leute, ich will ganz lieb sein. Ja, ich will ganz lieb sein. Okay, ich will es erklären. Ja, ich glaube, die mit der flachen Erde ist genau das Gleiche, wie sie heute eben oder wie sie damals oder wie sie schon mit der Dispensionslehre gemacht haben. Ich hoffe, dass ihr Geschichte kennt. Nach der Geschichte war ja früher, dass der Glaube, dass es eine flache Erde gibt. Flache Erde und wir sind das Zentrum vom Universum und ja, was weiß ich, da oben laufen die, wie nennt man das, das Gestirn halt und die Sterne und so oben drüber. Ja, ich hoffe, dass ihr das kennt. Das war früher das Bild, das sie hatten. Und alle, die gesagt haben, nein, das stimmt nicht, weil sie die Gestirne angeschaut haben, ja. Sie haben den Abendhimmel angeschaut, sie haben gesehen, dass ja da das da rum geht, das kommt immer wieder, ja. Da geht irgendwas drum rum. Ja, das ist nicht so, dass, ja, das nur, was weiß ich, wie ist, ne, wie man das sich früher vorgestellt hat. Sondern, wir haben auch dann gesehen, ausgerechnet, nein, wir sind nicht der Mittelpunkt vom Universum, ja. Aber, wisst ihr, wer diese Leute umgebracht hat, der das in Frage gestellt hat? Das war die katholische Kirche, ja. Sie wollten nicht die Kontrolle verlieren. Sie wollten nicht, dass die Leute ein anderes Weltbild annehmen können, ja. Warum? Weil halt dadurch sie Kontrolle verloren. Und wie lange haben sie noch diese Wissenschaftler, ich nehme es jetzt wie Wissenschaftler, nicht Wissenschaftler damals, aber Astrologen damals. Astrologen? Astronomen. Astronomen. Astronomer. Astron. Astronomen, ja. Die das beobachtet haben, ja. Mit sogar schon Ferngläser und so weiter. Und auch Dinge gemessen und so weiter. Und das kam ja nicht erst auf im Mittelalter, ja. Sondern das ist ja schon, es wird ja schon ewiglich werden die Sterne beobachtet. Schon ewiglich haben wir diese Sternbilder, ja. Weil die kommen ja von den Griechen sogar, oder sogar noch vor Griechen. Die Babyloner, die haben ja das alles schon gemacht. Die alten Chinesen haben das schon ewiglich gemacht. Die haben ganz genau schon gewusst über die Kometen und bla 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 bla. Ja, bitte. Untersucht mal die Wiedergeschichte. Ich sage ja so oft, ihr müsst von der Geschichte etwas wissen. Und diese Leute waren nicht nur, soll ich sagen, dumme. Ja. Es waren nicht nur dumme, die nicht gewusst haben, was sie tun. Die haben diese Dinge beobachtet. Ja, okay, ich kann verstehen, wenn dann jemand sagt, ja, diese Dinge stimmen vielleicht nicht. Aber ich kann sie nur verstehen, wenn sie sich weiterentwickeln und weiter von dieser einsternigen Sicht gehen und weiterdenken. Vielleicht ist, was wir uns vorstellen, über die Erde überhaupt nicht das, was es ist. Ich bin gerade vor kurzem wieder, habe ich etwas gesehen über Plato. Und dann sagen wieder die Leute, ah, Plato, dieser griechische, griechische Philosoph, dem kann man ja gar nicht glauben, ja. Aber er hat etwas ganz Interessantes gesagt, ja. Ich glaube, Plato hat es beschrieben. Es kam aber von Sokrates, glaube ich. Auf jeden Fall hat er das geschrieben in eines seiner Bücher. Ja, und zwar über... Dieses, äh, diese, ähm, nennt man das, es war ein, ähm, eine, ach, wie heißt denn das wieder auf Deutsch? Ähm, da habe ich es. Höhle, ja. Und zwar waren da, ähm, Sklaven. Sie wurden in einer Höhle gefangen genommen. Ja, sie waren gefangen in einer Höhle. Und sie kannten nichts von der, äh, aus, also von der Welt draußen, außerhalb der Höhle. Manchmal sahen sie solche Schatten an den Wänden von irgendwelchen Dingen. Und sie haben diesen Schatten dann Namen gegeben. Und sie haben gedacht, ja, das ist Realität. Ja, und irgendwie eines Tages, äh, konnte dann einer dieser Sklaven entfliehen und kam aus diesem, aus dieser Höhle heraus und war zuerst verblendet und dann hat er aber wirklich Realität gesehen. Ja, ja, und dann ging er zurück und hat, wollte diesen Sklaven, die noch angeschnallt waren, angekettet waren, erzählen von der Realität. Und wisst ihr was, die haben sich wirklich gut gefreut und haben gesagt, toll, jetzt wissen wir es. Nein, haben sie nicht gemacht. Ja, sie haben weiterhin das geglaubt, was sie sich selber vorgestellt haben von der Realität. Und dieser freie Sklave hatte, ja, er kommt, er ist da nicht durchgekommen zu diesen Leuten. Ja, ich fand das wirklich eine gute Geschichte. Und so sind wir gefangen, ja, in, ja, Höhlen. Und wir sehen eigentlich nur das, was jemand uns erlaubt zu sehen. Das Ganze mit der Dispensionslehre, meine Lieben, ist ja das Gleiche. Wir hören das von unseren Pastoren, von unseren Lehrern und denken dann, ja, das muss ja recht sein. Die müssen doch wissen, was sie sagen. Und dann liest einer wirklich mal die Bibel und sagt, ja, das kann ja nicht stimmen. Das passt ja überhaupt nicht zusammen, ja, so ein Schmarrn. Dann geht er zurück und erzählt es den Leuten in der Gemeinde und sie schreien nur, oh, ihr seid ja alle falsche Lehrer, verschwindet hier. Ja, die glauben das nicht. Und Leute, so ist es mit allem. Ja, mit allem. So ist es genauso mit dieser flachen Erde. Aber wisst ihr, was ihr macht? Die, die ihr wieder zurückgeht zu der flachen Erde. Er geht ja wieder zurück. Ja? Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute vorwärts gehen und sagen, ja, diese globale Erde, diese runde Erde, ja, ist ja gar nicht so korrekt. Ja, das könnte ja vielleicht sogar eher maybe eine Simulation sein. Das heißt, alles ist so zusammengemacht durch elektrische und magnetische, was weiß ich was. Ja, ich kann es auch nicht sagen, weil ich damit, ich habe mich ein bisschen damit befasst, über Quantenphysik zum Beispiel. Das heißt ja Quantenphysik, ja. Aber, ja, ich kann es nur so ungefähr verstehen, ja. Wir haben ja heute Computer und wie ein Computer zusammengesetzt ist, ja. Wir hatten ja auch diesen Film Matrix, wenn ihr das schon angeschaut habt, ja. Wo die Leute wirklich in dieser Matrix-Welt lebten, also in dieser Computer-Welt lebten. Und die sind da angeschnallt, das Geschirrn war da angeschnallt und die haben wirklich gedacht, das ist Realität. Und sie haben nicht gewusst, dass sie in Realität nur angeschlossen waren an diese Computer-Welt, ja. Und was Realität war, da haben sie wirklich geschlafen. Ja, sie haben geschlafen. Und so stelle ich mir halt auch das mit unserer Welt vor. Ist es wirklich rund, flach, was weiß ich was. Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich ist es nur, wie ich sage, immer eine Simulation. Ja, jetzt wollt ihr mal wieder verstehen, was eine Simulation ist. Ich kann es euch nicht sagen, ja. Weil ich selber nicht richtig verstehe. Aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, weil ich weiß, dass man zum Beispiel ein Computer ist. Ja. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass, okay, ich habe hier was, ja. Das sieht aus wie solid, ne. Kann es klopfen. Hat, ne. Ja. Ich denke, das ist absolut. Oh, ich darf es nicht kaputt machen. Ja. Aber in Wirklichkeit ist da so viel Raum dazwischen, ja. Raum, ja. Wenn man sich wirklich die Atome anschaut von diesem Ding hier. Dass so viel Raum dazwischen ist. Und dann frage ich mich, warum fühlt sich das so solide an. Oder warum sehe ich das als solide, ja. Es hat was mit vielleicht Elektronen zu tun und Magnetismus und elektronische Sachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich weiß nur, ja, wenn ich zum Beispiel eben die Struktur anschaue, das heißt die elementare Struktur von den Atomen und Elektronen und Neutronen und so weiter und so fort, dass da unheimlich viel Luft dazwischen ist. Genauso wie in unserem Weltall, wenn wir den Weltall sehen, das sind Sterne, ja. Das ist das gleiche Prinzip. Aber dazwischen ist was? Na gut, die Bibel kann es Äther nennen, ja. Oder heute sagt man Dark Matter, also dunkle Materie, ja. Unser Gehirn versteht ja das Zeug gar nicht. Warum? Weil es so weit darüber ist. Gott sitzt nicht über dem Firmament, meine Lieben, weil er ja überhaupt gar nicht materialistisch ist, ja. Es ist halt so beschrieben, damit wir das verstehen, ja. Sitzt Gott auf einem Thron im Himmel? Er ist ja überhaupt nicht Materie, ja. Und können wir das verstehen? Nein. Aber zurückzugehen, ja. In unserem Denken, das schon viel weiter entwickelt ist. Nur damit wir wieder in Gefangenschaft kommen, ja. Das waren wir. Überlegt euch das nochmal die Geschichte eben von dieser Höhle. Wollt ihr unbedingt wieder in diese Höhle gehen, ja. Angekettet sein. Und freiwillig. Freiwillig. Meine Lieben, freiwillig. Wir gehen freiwillig wieder in die Höhle, damit wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Ja. Was wir uns halt immer eingebildet haben. Nein, dieser Schatten, der sieht aus wie ein Hahn und deswegen ist es ein Hahn, ja. Ein wirklicher Hahn. Oh, dieser Schatten ist genauso die Leute, die sich zum Beispiel da einbilden, ja. Sie sehen bestimmte Wolken und sie denken, na, das sieht aus wie ein Hase. Dann muss es halt auch ein Hase sein. Was sind da oben Hasen im Himmel? Ich übertreibe es, Leute. Ich übertreibe es. Die Schreiber von der Bibel, sie haben auch nur bestimmte Dinge geschrieben, die sie verstanden haben. Ja. Sie haben einige Dinge nicht verstanden. Zum Beispiel, als Johannes geschrieben hat, dass dieses Tier aus der Erde in Offenbarung 13, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Das kann man sich alles Mögliche einbilden. Ja. Alles Mögliche. Wenn Johannes zum Beispiel gesehen hat, ein Flugzeug, das Feuer vom Himmel schmeißt, also die Bomben. Er hätte es nicht beschreiben können, oder? Deswegen hat er gesagt, er lässt Feuer vom Himmel fallen. Und so ist viel in der Bibel beschrieben. Mit den Worten und dem Verständnis von den Leuten. Und ja, wurde mal unterbrochen, mal wieder unterbrochen. Aber ja, ich will da nicht mehr sehr viel dazu sagen, weil ich möchte eigentlich gar nichts. Deswegen lasse ich mich darüber nicht aus. Ja, über diese flache Erde. Weil viele, ja, sie nehmen das sehr ernst. Und sagen dann, ja, guck, das steht in der Bibel. Ja, aber ihr müsst das überlegen. Das ist eine poetische Sprache, die viele von diesen Bibelschreibern benutzen. Ja, eine poetische Sprache. Sie versuchen etwas zu erklären, was sie aber nicht wirklich verstehen. Wir können Gott nicht verstehen. Wir können uns kein Bildnis machen. Deswegen sagt ja Gott, macht kein Bildnis von mir. Ja, macht euch kein Bildnis von mir. Weil er weiß, wir können ihn nicht verstehen. Ja. Weil es einfach über unserem ganzen Denken ist. So, dann hättet ihr ja gleich sagen können, okay, macht euch ein Bildnis von mir. Na gut, ich bin ja natürlich dreidimensional und ich bin ja fleischlich. Ja. Aber er ist nicht. Ja, er ist Geist. Und wir wissen nicht, wie kann man Geist malen? Ja, wie kann man das? Aber ich höre lieber auf. Und meine Katze will wieder. Komm. Sie schreit und will aber nicht. Sie möchte, dass ich sie hole. Ja, ich möchte niemanden kränken, meine Lieben. Wirklich. Ich habe keine Lust, irgendjemanden zu kränken. Ja. Aber, wie gesagt, wollt ihr wieder in eure Höhlen hinein und angekettet werden, freiwillig. Genau das hat nämlich die römische, katholische Kirche gemacht. Ich habe in der letzten Zeit, ich glaube, zwei Videos gemacht auf Englisch. Wenn ihr Englisch kennt, Great Deceptions of the End Times ist mein Kanal. Viele kennen den. Da habe ich zwei wirklich ganz tolle Videos gemacht über die katholische Kirche. Über diesen Aquinas. Ja, dieser Thomas Aquinas. Und weil ich da ein Interview angehört habe mit einem Katholiken. Der radikal, der möchte halt radikal wieder zurück zum Alten mit latanischen Messen und so weiter und so fort. Ja, das habe ich mir gerade angeschaut. Ja, da kam ja das. Ja, wollen wir da wieder hin? Wollen wir wieder hin zu diesem, dass wir halt Gefangene sind wieder von dieser katholischen Kirche, die uns gesagt hat, was wir zu denken haben. Ja, die uns gesagt hat, ja wir müssen aber glauben, dass die Erde flach ist. Das haben wir ja gemacht und dann bringen sie alle um, die was anderes glauben. Genau das hat nämlich dieser Mann, der ist ja sogar Doktor, also Doktor der Philosophie war das. Ja, hat halt das gemeint. Sondern wir würden ja da zurückgehen, dass die katholische Kirche alles kontrolliert. Oder irgendjemand, ganz egal. Alles kontrolliert, was wir glauben. Also wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu entwickeln. Wir sind ja wirklich von Höhlenmenschen, sie haben ja uns weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, das kann ich nicht sagen. Aber ich finde es doch gut, wenn man mehr und mehr dazulernt. Also ich finde es zumindest gut, wenn man es im richtigen Rahmen hält, ist das immer gut, wenn man mehr und mehr dazulernt. Natürlich müssen wir es überprüfen, warum, weil wir wirklich in einer Höhle stecken. Wir sehen wirklich die Realität, nicht? Im gewissen Sinne stecken wir in einer Höhle. Das hat jemand mal auch ein anderes Beispiel benutzt. Wir sind in einer Kiste, ich benutze das manchmal, wir sind in einer Kiste drin und da ist nur so ein breiter Schlitz. Und du siehst die Welt nur durch diesen breiten Schlitz. Und die Erde ist dann auch flach. Ist ja klar, wenn du da in dieser Kiste drin steckst und dann guckst. Und natürlich ist er flach, ist doch ganz klar. Aber wir müssen aus dieser Kiste heraus und wir können auch, ich glaube, unser Gehirn rafft es eh nie. Also unser Gehirn ist da, na gut, unser Gehirn, da kann man noch mehr vielleicht lernen. Ich weiß es nicht, wir haben da nicht die Zeit. Aber irgendwann mal sind wir beim Herrn und dann verstehen wir es. Irgendwann sind wir mal beim Herrn und unser Körper ist ganz anders. Nicht mehr dieser dreidimensionale Körper, dann können wir durch Türen gehen. Ja, flache Erde, durch Türen gehen. Wie kann man das zusammenbringen? Naja, egal. Wollte ich noch dazu sagen. Ich komme zum Ende, meine Lieben. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten. Und das meine ich. Öffnet euch dem Heiligen Geist. Und lasst euch nicht wieder in Sklaverei versetzen. Das hat eigentlich Paulus gesagt. Jesus hat euch freigemacht. Ja, wo ist denn das in Galater? Lest in Galater. Galaterbrief. Da ging es eigentlich mehr um, dass die Juden wieder kamen und ihnen das Gesetz auflegen wollten. Aber man kann es genauso gut auf alles andere anwenden. Lasst euch nicht mehr in Ketten legen und in eine Höhle zwängen. Ja, schon gar nicht freiwillig. Denkt weiter. Und immer der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Also dann, bis zum nächsten Mal.